Ein Königreich, hoch über den Wolken, ein prächtiger Ort, voller Glanz und Frieden. Der Angriff, ohne jegliche Warnung. Wieso? Ich will eine Welt in der Kultur und gute Ideen, höheres Ansehen genießen als brutale Kräfte. Du verlangst Unmögliches. Ein Fantasie-Meisterwerk, vergleichbar mit die unendliche Geschichte, Erik der Wikinger und die Abenteuer des Baron Münchhausen. Kein Mensch hat das Recht, den lieben Gott zu spielen. Ein aufregender Kampf um die Zeit. Der Moment, auf den ich gewartet habe, ist endlich da. Ich kann Ihnen versichern, dass dann jede Kreatur pro Woche um ein ganzes Jahr älter wird. Die Armee soll sich bereithalten. Meine Macht habt ihr viel zu lange verhöhnt. Ihr macht euch auf zur größten Jagd, die die Welt jemals gesehen hat, um endlich diese böse Maschine zu zerstören und die Zeit wieder stillsteht. Gott begleicht euch! Ich befehle den Elementen zu trofen und alles zu zerstören! Eine Jagd. Ein Kampf. Gegen die Zeit. Das ist der Stoff aus dem Legenden-Sinn. Eine Geschichte, die niemals endet. Über die wahre Liebe. Ritter der Zeit. Es ist der Stoff aus dem Legenden-F 쳐. 그 manuscripts. Vielen Dank.